Das ist deine Straße. Sie trägt deinen Namen. Hier kann man Brot, Gartenplatten und Versicherungen kaufen. Alles, was man zum Leben braucht. Straßen werden nach Toten benannt. Du wurdest vier Jahre alt. Andere in deinem Alter bekommen Fahrräder oder Puppenstuben. Du hast eine Straße, nur weil du tot bist. Sie ist etwas abgelegen. Im Zentrum der Städte sorgen Namen und Geschichten wie deine für Unbehagen. Aber ist das Leben an den Rändern nicht viel aufregender als in der Mitte? Es hätte dir gefallen, die versteckten Winkel zu dir. Hier zu entdecken und hier zu spielen. In jener Nacht fandest du kein Versteck. Es sei ein ungewöhnlich kalter Mai gewesen. Damals im Jahr 1993 heißt es in alten Wetterberichten. An jenem Freitag aber, da habe sich die Sonne gezeigt. Man möchte der Sonne die Schuld geben. Dabei sind die Schuldigen bekannt. Sie kauften in denselben Supermärkten ein, gingen dieselben Straßen entlang und grüßten dieselben Leute wie du. Einer war der Nachbar und bewunderte Adolf Hitler. Ein kleiner Hitler in seinem kleinen Haus direkt gegenüber. Der Lärm der Türkenkinder nervte ihn. Eines davon warst du. In der Nacht zum 29. Mai 1993 schrecktest du aus dem Schlaf, weil euer Haus brannte. Der Nachbar und seine Freunde hatten es angezündet. Fünf Menschenleben, deine Familie, wurden ausgelöscht. Dir blieb die Wahl, zu ersticken, zu verbrennen oder aus dem Fenster in den Tod zu springen. Kinder sollten keine solch großen Entscheidungen treffen. Ihr kamt in den Nachrichten. Man hörte euren Namen und schwor, sie niemals mehr zu vergessen. Aber dann kamen neue Nachrichten über neue Opfer, die von kleinen Hitlers verbrannt, erschossen oder erstochen worden waren. Noch mehr Menschen mit fremdklingenden Namen, die sich keiner merken kann und merken will. Man verlor den Überblick. Eure Namen verblassten. Jahre später dachte jemand an dich. Sein rastloses Herz gab keine Ruhe, bis man dir eine Straße widmete. So kamst du ins Niemandsland, das einen Namen suchte und deinen fand. Deine Straße wächst und gedeiht. Inzwischen wohnen hier Menschen. Sie erzählen deine Geschichte nicht. Sie haben eigene Sorgen, Träume und Termine und wollen weitergehen. Bald wird deine Straße eine unter vielen sein. Man wird hier essen und feiern, ersten Schultagen entgegenfiebern und ersten küssen und letzten Versöhnung. Man wird hier wachen und sich zum Schlafen legen, in der trügerischen Sicherheit, dass morgen alles beim Alten bleibt. Es wird Nacht in deiner Straße. 556 Meter lang, 6,6 Meter breit, 50 kmh Höchstgeschwindigkeit. Benannt nach einem Kind, das für immer vier Jahre alt bleibt. Ewiges Leben in Asphalt und Gewohnheit. Schlaf gut, kleines Saimer. Voll Voll Buck Vielen Dank.